Moin Leute, Rules hier und heute mal ein weiteres Commentary von mir, ein Team Deathmatch auf Scrapyard, heute mit einer Raggun, da ich die letzten Male immer mit einer Sniper gespielt habe, bzw. mit der Intervention, spiele ich heute mit der UMP, ihr habt gesehen, ich war gerade, oder habt ihr vielleicht gesehen am Anfang, ich bin gerade Level 9, als ich dieses Gameplay erzockt habe, also ziemlich am Anfang meines Kanals, äh, Kanal sag ich schon, meines, Gamertags, genau. Ähm, ja, logischerweise habe ich deshalb keinen Aufsatz für die UMP, meine Sekundärwaffe war die Spass 12, logischerweise auch kein Aufsatz, und, ähm, die KS-Wüchse, könnt ihr euch schon denken, Drohne, Abwurf, Kiste, wie auch immer das Ding heißt, und die Predator-Rakete. Ja, und, was ich zu der UMP sagen muss, ich hatte da ja noch keinen Schalldämpfer und ich hab die ja, ähm, davor immer mit Schalldämpfer gespielt, also das ist wirklich ein riesen Unterschied, irgendwie, die aimt ganz anders, und, ähm, ich war wirklich überrascht, ich musste damit erstmal klarkommen. Aber, naja, letztendlich, das Gameplay ist auch nicht jetzt das, äh, das Überpawner-Gameplay, ist halt aus meinem Notfallordner da, ich hatte zwar noch ein anderes Gameplay, war ja aber wieder mit der Intervention gewesen, und ich wollte euch auch mal wieder ein Gameplay bei einer anderen Waffe geben, oder bringen, ja. Mein nächstes Gameplay wird dann entweder das auf Terminal sein, was ich euch mal angekündigt hab, da wo ich am Ende ein bisschen das Gameplay verhauen hab, oder ein, ähm, Barret-Gameplay, was ich eigentlich euch gar nicht zeigen wollte, aber, ähm, hab ich mich doch entschieden, euch das zu zeigen, weil es ist schon irgendwie was, bisschen was Besonderes, so. Ja, werden, also, mal gucken, ich werde euch die beiden auf jeden Fall bringen. Ja, also, dann zu meinem ersten Thema, wisst ihr ja vielleicht von dem Dual-Kommentary mit Optics, dass meine Xbox leider kaputt gegangen ist, und, ähm, ja, ich muss mal sehen, ich werde mir die nächsten Tage eine neue bestellen, und, äh, wenn die da ist, äh, kann ich mir ja noch wieder ein paar bessere Gameplays dann erzocken, in der Zeit müsst ihr dann leider ein bisschen mit, naja, nicht so tollen Gameplays, ähm, ja, leben, tut mir auch leid. Ähm, ja, dann, ähm, ach ja, dazu, wenn ich dann meine Xbox bekommen hab, wollte ich vielleicht mal anfangen, vielleicht ein Live-Kommentary zu machen, und ich würde, ich wollte euch mal fragen, würde euch das interessieren, dass ich das mal machen, ein Live-Kommentary bringe, ja, ähm, schreibt es einfach in die Kommentare, und, dann sehen wir mal, ähm, ja, dann als nächstes, ihr wisst, ihr kennt vielleicht, ähm, Infected Arts, der, auch ein deutscher Kommentator und Editor hauptsächlich, ähm, ja, er hat ja vielleicht, wie ihr wisst, eine so eine Aktion gestartet, wo er, ähm, für andere, äh, ja, die Montagen und, ja, beziehungsweise Serien editiert, und da mein Editor, ja, wie ihr vielleicht wisst, ähm, gerade nicht da ist bis August, ähm, muss ich, müsste ich dann ja auch warten, bis ich, ähm, ja, wieder irgendwie was Neues in der Art rausbringen kann, ähm, und, weil ich in Videoüberarbeitung eigentlich keine Ahnung habe, und, äh, deswegen habe ich da jetzt erstmal angefragt, mal gucken, ob er das macht, es würde mich sehr freuen, wenn nicht, dann halt nicht, aber was ich mich bei Infected immer frag, ähm, wieso der Junge so viel, ähm, ja, gehatet kriegt, weil ich finde, also gut, vielleicht, er ist nicht der beste Spieler der Welt, er ist nicht der beste Editor der Welt, aber er macht wirklich gute Arbeit, finde ich, und ich verstehe mal nicht, warum er so stark gehatet wird, irgendwie, weil er gibt sich viel Mühe für seine Videos und so, ja, zweimal gefällt hier beim Nachladen, haha, fail, jojo, so, ähm, dann außerdem, falls ihr, ähm, irgendwie eine Frage an mich habt, oder ein anderes Anliegen, ähm, schickt mir einfach eine PM auf YouTube und ich beantworte euch die Frage, ich beantworte alle Fragen, die mir gestellt werden, ja, genau, so, jetzt kommen wir ein bisschen zum Gameplay, äh, ihr seht hier, ich bin noch, äh, bin jetzt einmal gestorben von dem einen Sniper, der, ja, da, wo der seine Rache an mich haben wollte, haha, und ihr seht, jetzt habe ich meine Predator, Und jetzt, 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 jetzt Ich habe da wirklich nur einen Typen gesehen am Anfang Das habe ich jetzt erst, als ich das im Nachhinein angeguckt habe Habe ich da die anderen zwei Eiskalttypen rumlaufen sehen Also fand ich schon echt lustig, dass ich da ein Triple Triple, ein Triple, ein Triple, ein Triple bekommen habe Ich war wirklich überrascht, weil sie dabei Ja, hier wieder mal wieder, Painkiller Mein Lieblingsschmerz, äh, Lieblings, Lieblings Todesserie Ich meine, ich gebe ja zu, ich benutze sie auch, aber Ich, ja, ich habe es schon mal gesagt Ich finde, ich finde das Ding eigentlich gar nicht so schlimm Ich finde es nur doof, dass es, dass es so stark geworden ist Ähm, an sich, an sich ist es gar, gar keine schlechte Idee Es ist sogar eine sehr gute Idee Dass es, ähm, weniger Frust halt auslöst Ich meine, es sind ja Anfänger und sowas Die kriegen ja die ganze Zeit ab Irgendwie die, ähm, da sind ja fast alle dann besser als sie Und sie sterben die ganze Zeit Und dann mal so einen kleinen Vorteil, den anderen zu haben Das finde ich ja schon gerechtfertigt Sonst ist das ja völlig demotivierend für die Ähm, ja, aber Wie gesagt, es ist viel zu stark geworden So Naja, genau Das wollte ich euch so mitteilen Also beantwortet meine Videofrage mit den Live-Commentaries Wollt ihr das sehen Ähm, ja Liked das Video bitte Und abonniert mich Würde mich sehr freuen Und Wir sehen uns Leute Haut rein Wollt ihr das sehen? Vielen Dank.